Schauen wir uns im Mengendiagramm zunächst noch einmal die individuellen Transformationslinien für Adam und Eva an. Im Falle einer vegetarischen Woche würde Adam 8 Äpfel und Eva 20 Äpfel produzieren. Also beträgt die Gesamtproduktion auf der Insel 28 Äpfel. Auf wie viele Äpfel müsste mindestens verzichtet werden, um von dieser Ausgangslage aus in den Genuss einer ersten Languste zu gelangen? Da Adam Langusten kostengünstiger jagen kann, sollte er dies tun. Die Opportunitätskosten einer zusätzlichen Languste würden dann einen halben Apfel betragen. Bei 8 Langusten könnten dann noch 24 Äpfel produziert werden und so weiter. Schließlich ist Adam an seiner Kapazitätsgrenze angelangt und fängt nur noch Langusten, während Eva nur Äpfel produziert. Die Inselproduktion befindet sich nun im Zustand vollständiger, wechselseitiger Spezialisierung. Wenn mehr als 16 Langusten benötigt werden, muss sich auch Eva ins Wasser begeben. Nun wird allerdings jede weitere Languste zu einer Minderproduktion von einem ganzen Apfel führen, denn Evas Opportunitätskosten beim Fangen der Langusten sind doppelt so hoch wie Adams. Bei insgesamt 36 Langusten ist schließlich eine Produktion von Äpfeln nicht mehr möglich. Damit ist die vollständige Transformationskurve für die Volkswirtschaft von Paradise Island hergeleitet. Der Knick in dieser Kurve zeigt, dass die Opportunitätskosten der Produktion nicht konstant bleiben, da Adam und Eva komparative Kostenunterschiede aufweisen. Ein Vergleich mit der erzielten Produktion bei Autarkie, also ohne Handel, macht noch einmal deutlich. Selbstversorgung von Adam und Eva bedeutet ineffizientes Wirtschaften auf der Insel. Die Produktionsmöglichkeiten werden dann nicht ausgeschöpft.